Willkommen zu Kapitel 12. Das Evangelium aus der Sicht des Spiritismus liebt eure Feinde, die nicht inkarnierten Feinde. Die Bosheit, Kommentar von Kardec, ist kein dauerhafter Zustand des Menschen, ist die Folge einer vorübergehenden Unvollkommenheit. Der böse Mensch wird eines Tages seine Fehler erkennen und sich in einen Guten verwandeln. Der Tod kann ihn nur von den körperlichen Gegenwart des Feindes befreien. Dieser kann ihm mit seinem Hass verfolgen, sogar nachdem er die Erde verlassen hat. Die Rache. Sie ruft noch eine größere Verärgerung hervor, die sich von einer Existenz in die andere fortsetzen kann. Einwirkung der inkarnierenden Feinde. Verfolgung. Verleumdung. Besessenheiten. Unterjochungen. Hass beruhigen durch Nächstenliebe. Zwischen Inkarnierten und Nicht-Inkarnierten. Den Hass auslöschen. Es gibt kein so böses Herz, das vom guten Verhalten nicht berührt wird. Aus einem Feind kann man sich einen Freund machen, vor und nach dem Tod. Durch böses Verhalten. Verärgert man den Feind, daraus folgt, dass er dann sogar als Werkzeug der Gerechtigkeit Gottes dient, um denjenigen zu bestrafen, der nicht verzeihen konnte. Der Spiritismus beweist, durch Erfahrung und das Gesetz, welches die Beziehung der sichtbaren und unsichtbaren Welt regelt, dass der Ausspruch, den Hass mit dem Blut auslöschen, vollkommen falsch ist. Es obliegt dem Spiritismus einen wirksamen Grund und einen praktischen Nutzen der Vergebung und des erhabenen Grundsatzes Christi zu geben. Liebt eure Feinde. Kardec dazu. Wenn auch der Erde keiner bösen Menschen gäbe, würde es um die Erde herum keine bösen Geister geben. Wenn man Nachsicht und Wohlwollen gegenüber den inkarnierten Feinden haben soll, so soll man sie gleichfalls gegenüber den nicht inkarnierten haben. Liebt eure Feinde. Begrenzt nicht auf den engen Kreis der Erde und des gegenwärtigen Lebens. Gehört zu dem großen Gesetz der universellen Solidarität und Brüderlichkeit. Und schon sind wir am Ende gekommen dieses kurzes Video. Wir haben noch zwei Teile von diesem Kapitel. Ich hoffe, Sie können wieder dabei sein. Vielen Dank für heute und bis bald.